Du hast mega die Kacke am Laufen in deinem Becken. Du brauchst einfach nur mal Hilfe. Oder willst du einfach mal ausrollen? Leider können wir zwei nicht immer für euch da sein, weil mittlerweile kriegen wir echt viele Anfragen und naja, es ist einfach nicht möglich für uns, zehn Leuten zu helfen am Tag. Das ist schwierig. Deswegen haben wir uns vor ein, zwei Jahren überlegt, wir rufen eine Community-Teams ins Leben, wo die Leute sich gegenseitig helfen können und Tipps austauschen und auch gebrauchte Gegenstände auseinander handeln können und deswegen haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet, die Meerwasser-Live-Gruppe Meerwasser-Aquaristik, offiziell bei Meerwasser-Live heißt die, glaube ich, in Facebook und einfach beitreten und Teil der Community werden und gegenseitig helfen. Und da sind 5.000 Leute am Start mittlerweile? Ja, Leute jeden Tag mehr. Da kriegt jeder auch eine Antwort. Ich glaube, es ist mittlerweile sogar die zweitgrößte oder drittgrößte Community oder wenn nicht sogar die größte in Facebook in Deutschland. Also, schauen wir vorbei. Richtig. 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 Richtig.